Der eine oder andere hat gesehen und mittlerweile schon im Oktagon. Wir haben hier keinen Oktagon, sondern wir haben natürlich den ganz normalen Ring. Wir sehen hier einen der Kämpfer, der jetzt als Punkt bzw. auch als Kampfrichter entscheiden wird. Es wird gekämpft über 3x5 Minuten. Es ist verboten, das Augenstechen, das, wenn man am Boden liegt, an den Kopf treten. Des Weiteren, vielleicht sagst du es gerade mal selbst, Alexander. Am Boden helfen, wenn er kommt, ist auch verboten. Und es dann geht zu kochen, wie gesagt. Sonst alles anders ist es auch. Und Eier gefunden. Ja, genau. Und das hier untenrum. Das machen wir auch nicht. Also, es ist eine Premiere bei der VIP Fight Night. Es geht hier ums Ganze. Es geht nicht um Titel, es geht um Prestige. Und ich bitte zu mir in die rote Ecke. German Isagüel. German Isagüel. German Isagüel. Und unser Kontrahentz hinter blauen Ecke. Zungs in den Ring bitte ich nun Yusuf Eskaya. German Isagüel. 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 In seiner roten Ecke ist 23 Jahre alt, wiegt 70 Kilo, verteilt auf ein Körpergewicht, auf eine Körpergröße von 1 Meter und 65. Er kämpft für das Alpha Team Düsseldorf. Seine Kampfstatistik, sechs Kämpfe, vier Siege, drei durch K.O. In seiner Ecke sei Trainer Assis Karagoulou. German Isuagel! Wunderkämpfe in der blauen Ecke. 27 Jahre alt, 65 Kilo sein Kampfgewicht, bei ebenfalls 1 Meter und 65. Er kämpft für die Sportschule SG Karst. Seine Kampfbilanz, 20 Kämpfe, 17 Siege, zehn davon durch K.O. Er ist zu Gast hier in Deutschland und zwar als dreifacher türkischer Meister im Sanda. Sein Trainer und Bruder in der Ringe-Ecke, Yilmaz Özkaya als Kämpfer, Yusuf Özkaya. Kampfdichter Aleksandar Stefanovic wäre natürlich auch noch hier im Ringe als Kämpfer zu beachten. Die Kämpfer sind bereit. Der 1x5 Min. So, let's the fight begin! 5-4 Min. 5-5 Min. 5-5 Min. 5-5 Min. 5-5 Min. 5-5 Min. Ja Ja Atomieren Atomieren Ja Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, bitte. Das ist Ja, 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 ja. Vor! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Vielen Dank. 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 Vielen Dank.